Hallo und herzlich willkommen bei Virtue Shoes und Nanon Folge Assassin's Creed Voila, danke dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Letzte Folge haben wir diesen falschen Tarn entlarvt und quasi geholfen Und jetzt müssen wir den nächsten Ort erreichen Ich weiß gar nicht mehr was wir tun müssen, das ist jetzt schon ein paar Teilchen her bei mir Gucken wir einfach mal, da zur Burg auf jeden Fall, also bleibt mal dran Ja, ich glaube da sind wir richtig, da müssen wir einbrechen Geht mal ein bisschen Stoff Und dann das große Türmchen von allen, ne? Hier sollte ich vorsichtig sein Das sind wir doch eh immer Welchen Bogen haben wir drinnen? Ja Hier noch einen Mh Mhm Muss schnell sein Das ist doch passt Irgendwer war hier noch mit dem Schlüssel und drüber Ah, da ist ein Schlüssel drinnen, ok Hä? Wie waren Pfeife So Komm ran Und tschüss Und tschüss Alle drauf und die da hoch hier Vielleicht schaffen wir es ja wirklich mal leise Ich muss sehen, was du siehst Na, wir müssen jetzt hier irgendwo rein Gutes, wir haben ja jetzt den Schlüssel Sie wurde wohl verriegelt Toll Frage ist ob es noch einen anderen Eingang gibt Da unten, hier drüben, ok Ich glaub der einfachste Weg wäre Der schnellste ist oben rum Oh, was ist der? Das Ding wir auch hier gar nicht hier Ding wir auch hier ganz stellen Dich Jetzt kann ich nur da drüben die Tür aufmachen. Wir machen mal wieder auf die andere Seite. Muss auch ohne kämpfen. Nur hier draußen zu kämpfen gehen. Ganz runter habe ich jetzt auch keinen Bock. So, mal vorsichtig auf die andere Seite. Blood. Komm schon. Schau mal, drei Leute gekillt. Keiner hat was gesehen. Nun, da die Kette aus dem Weg ist, kommen Gerdrick und die Schiffe durch. Okay, jetzt nur wieder ungesehen hier raus. Müssen wir nicht hin. Weiter flussaufwärts, okay. Deshalb der Burg. Das sind die besten Chancen. Das sind die Kette aus dem Weg. Hier sind sie doch eine... Was geht ab? Was geht ab? Eivor, wir erwarten deine Befehle. Waffen und Rüstzeug habt ihr dabei? Ja, Rabenzähmerin. Gut, dann graben wir uns ein und warten auf unsere Freunde. Sei gegrüßt, alter Freund. Als ich die Gelegenheit bot eine Axt in den Boden von West-Saxe zu rammen, hast du an mich gedacht? Welch Ehre! Ist alles vorbereitet, Eivor? Sind wir bereit, Rufes Kester einzunehmen? Ja, ich bin bereit. Mal gespannt, wie viele verschiedene Mitmenschen jetzt kommen. Auf, hier in the fight! Oh, wieder so riesen Dinge. Feste von Hofchester. Oah! Wie viele Falt? Ja, hier. Ja, hier. Oh sie. So, mit Fallen schön bestücken die Leutchen. Oh ja, kommt doch nicht weg. Jetzt muss er hier schon mithelfen oder was? Los jetzt! Moins! Super ausweichen! Und um nach! Oh, einmal noch vielleicht. Ah, da ist er. Oh, da ist er ein bisschen stärker hier. Wo ist denn die Flammen löschen? Die Flammen sind recht hoch. Okay. Ah, da ist die Abwechslung drin. So. Hier tut er ja nicht so viel weh. Oh, da geht der Spaß weiter bis er aussieht. Oh, da geht's. Oh, das ist gut. Guck mal, da hackt's. Altes Kissen. Mehr hat er nicht zu bieten, ne? Da hat schon ja keinen Bögen. Ah, der ist toll. Ah, der kann nix. Was auch immer jetzt ankommt. Oh, das ist so... O화? Ah, der ist so... Oh, da ist doch nicht hier. So, ist die zweite. So, komm, lass mich mal dran hier. Wir sind weg hier. Warte mal kurz. Eine sehr letztige Angelegenheit. Gute Öl. Oh, und wir rauf. Das bedeutet, wir sind künstlich unernehmend. Warten. Okay. 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 Wir müssen da weiter rein. Okay. 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 Alright. Bye. Oh, hier geht's ja nicht höher, ne? Bisschen Jump'n'Horn. Da ist er. Guck, mir hackt's. So, vorbei. Keine Chance hat, wie der. Es tut mir leid mit dem Headset, ungelogen. Easy-beasy. Ja, sieht ihm fast ähnlich. Elfret's Heer wird die Zinnen mit euren Gedärmen schmücken. Wir sind nicht wegen Land und Steinen hier, Tan Tadmund. Ich scheiß auf euch und eure Märchengötter! Ich werde mich euch nicht beugen wie ein Lord von euren Gnaden! Eher sterbe ich! Wie viel wird uns dein König zahlen, damit wir deinen wehleidigen Kopf auf deinem Hals belassen? Ein Heer marschiert von Süden her auf uns zu. Ein Gottesmann aus dem Priorat des heiligen Hadrian mit einer Fürth. Ah, also ab Kühnebert! Gepriesen sei Gott! Denn es Reichtümer sind, die ihr wollt. Die Kirche hat reichlich davon. Wenn er ein gutes Angebot macht, hast du deine Freiheit. Ein oder zwei Ton Silber für eine schmutzige Ratte aus der Kloake. Bleib ruhig, sonst werde ich nicht verhindern können, dass meine Freundin dir die Kehle aufschlitzt. So, okay, aber bevor wir zu dem kühnen Bär zurückgehen, dem Priester, der der Chef werden will, oder den sich einschmeicheln will, werden wir hier einen kleinen Break machen. Issa, danke für's Zusehen! Bis zum nächsten Mal und tschüss! Ich schau das, danke für's Zusehen!